Hallo und herzlich willkommen zum ersten Art Academy Workshop für die Nintendo DS. Mein Name ist Anne Petzke, ich bin Illustratorin bei Tokio Pop und ich werde euch in 5 Videos zeigen, wie eine komplette Illustration entsteht. Wenn ihr eure Nintendo DS gestartet habt, geht ihr auf der Programmleiste bzw. dem unteren Touchpad mit dem Stift zum Art Academy Icon und aktiviert es. Es erscheinen zwei Programmpunkte, das ist auf der linken Seite die Lektion und auf der rechten Seite das freie Zeichnen. Wir wählen in dem Fall das freie Zeichnen und starten ein neues Bild. Auf dem unteren Touchpad seht ihr jetzt die Menüleiste, ganz links oben ist der Bleistift, mit dem ihr immer beginnen solltet. Daneben ist die Farbpalette, wobei da wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, dass ihr die Farbpalette erst dann angewählen solltet, wenn ihr mit dem Skizzieren fertig seid. Ansonsten kommt ihr nicht zurück zur Bleistiftfunktion. Daneben befindet sich die Lupe. Die Lupe werde ich mal ganz kurz erklären, indem ich ein altes Bild lade. Dann kann ich mit dem Steuerkreuz nach links, rechts, oben und unten gehen und somit einen Teil vom Bild auswählen. Welchen Teil ich gerade ausgewählt habe, sehe ich auf dem oberen Bildschirm. Und wenn ich in dem Modus zeichne, sehe ich natürlich um einiges besser, was ich da eigentlich gerade male, was sich besonders bei den Feinheiten immer als äußerst praktisch erweist. Und wenn ich fertig bin, gehe ich wieder zurück auf die Lupe und sehe wieder das komplette Bild. Daneben befindet sich das Raster. Das Raster macht natürlich besonders Sinn, wenn ihr nach einer Vorlage zeichnen möchtet oder ein Foto geladen habt. Weil man dann genauer sehen kann, wo an welcher Stelle sich welches Detail befindet. Daneben befindet sich das Konsolen-Icon. Das Konsolen-Icon macht dann Sinn, wenn ihr ein Bild geladen habt. Dafür müsst ihr natürlich erstmal ins Menü gehen. Das befindet sich unter dem Fragezeichen. Das heißt, da könnt ihr auswählen Aus-Album-Laden. Dann ladet ihr ein Bild, was ihr in eurer Kamera-Datei habt, beziehungsweise in eurem Kamera-Album. Wählt ein Bild aus. Drückt OK. Drückt auf Verlassen. Und dann befindet sich das Bild im oberen Teil. Und dann könnt ihr es nachmachen.